Das war eine schöne Zeit damals. Es war keine schöne Zeit! Ihren Wegen haben wir unsere neuen Toppartner verloren, ein neues Raumfahrtzentrum, alles im Arsch. Nur weil die coole Socke hier, Mr. Herzensbrecher, Brian Gilchrist die Mission versaut hat! Das haben Sie jetzt am Hals wie Flavor Flav seine Uhr. So ein kleiner Zusammenbruch darf nicht mein Ende sein. Eine zweite Chance. Wer hätte nicht gern eine zweite Chance? Dein alter Chef will dich zurück. In Hawaii, unserer alten Heimat. Aloha, Gilchrist! Willkommen zurück. Darf ich vorstellen? Ihr Air Force-Kontakt, immer auf der Überholspur. Einen doppelten Espresso. Morgen, Sir! Ich bin sowas von startklar! Lieber ein Dreifacher. Die alte Ex-Freundin, das weckt Erinnerungen. Warum haben wir uns noch mal getrennt? Weil du ein Workaholic bist, der sich nur Arbeit sucht, um die richtige Arbeit zu meiden. Daran arbeite ich noch. Du hast alles kaputt gemacht und ich hab mein Leben wieder auf die Reihe gekriegt. Obwohl es dich gab. Ich bin von unschätzbarem Wert für unsere Mission. Ich war immer ein Einzelkämpfer. So bin ich nun mal! Sie sind ein Zyniker, schon kapiert! Sie können mich nicht ausquetschen. Ich bin unnausquetschbar. Bevor alles auseinanderbrach, war das ein großartiger Mann. Seid ihr zusammen? Wir arbeiten zusammen. Warum hast du nicht das, was du willst? Hast du das, was du willst? Hm? Wie geht's, Woody? Keine Ahnung. Reden ist nicht so seins. Siehst du, er spricht nicht. Er hat sogar sehr viel gesagt. Und was hat er gesagt? Ich bin ein echter Mann, Alter. Ich bin durchtrainiert und viel zu gut aussehend, als dass du für mich eine Gefahr bist, Brian. Guten Abend. Das alles hat er gesagt. Er ist eine echte Quasselstrippe. Ich glaube, du bist aus einem bestimmten Grund zurückgekommen. Lass uns darüber reden, bevor ich explodiere. Wegen heute Abend, Sir. Ich hatte Spaß. Egal in welcher Form, ich habe festgestellt, nichts geht über Spaß. Dein Leben wird außerordentlich kompliziert. Die Zukunft ist nichts, was einfach passiert. Sie ist eine gewaltige Kraft mit einem tollen Sinn für Humor, die einen überrollt, wenn man nicht aufpasst. Nein! Perhaps. Nähe. Untertitelung des ZDF, 2020